Nämlich oder dämlich? Und damit herzlich willkommen zum Kurztipp, Ihr Wortschätzchen. Der sehr bekannte Merksatz ist, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Dämlich, also dumm oder nicht schlau. Das Wort nämlich hat sich aus namentlich oder beim Namen genannt entwickelt. Heutzutage wird es bei genauerer Beschreibung oder bei einer Begründung genutzt. Zum Beispiel Sonntags nämlich gehen wir immer spazieren. Ich könnte auch sagen, denn sonntags gehen wir immer spazieren, also ich habe keine Zeit. Oder die Tatsache, genauer gesagt, ist nämlich, dass man nämlich ohne H schreibt. Ihr wollt keine Tipps verpassen? Bitte liked, abonniert und folgt uns. Und damit viel Spaß weiterhin beim Deutsch lernen, Ihr Wortschätzchen.